Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück erstmal hier auf meinem Kanal und weil ich habe ja lange nicht aufgenommen und zweitens hier zurück bei Human Fall Flat seit einer ganzen Weine mal wieder. Und ich bin, wie ihr hier schon seht, auch nicht alleine, sondern die ehemalse Shinigani, jetzt Salome Noir ist noch mit mir hier dabei. Hallo. Hallo. Du ja auch schon. Hört auf meinen Kanal, die ja schon längere Zeit nichts von mir gehört haben, außer einmal das Blatt bauen, was ich da angetestet hatte. Ich entschuldige mich für das Mikrofon erstmal von mir, ihr hört ja Sira sehr klar und hier nicht. Es ging nur nicht anders, es ließ sich nicht anders da einstellen, egal was wir gemacht haben. Es gab leider ein paar Problemchen, dass ich leider immer doppelt in ihre Aufnahme geklungen habe. Keine Ahnung warum, wir haben, ich glaube ein oder zwei Stunden haben wir rumprobiert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert und ja, da haben wir dann halt die Lösung gefunden, dass sie mir zwei Mikros aufnimmt, eins mit dem sie sich mit mir unterhält und dann das Tischmikro, wofür die Spielaufnahme dann halt ist. Anders, da ging es leider nicht und ja, bei mir klingt alles normal, wie es sein soll, nur bei ihr halt ein bisschen, weil ja, blöde Probleme halt. Genau. Und ich entschuldige mich für das Räuspern, aber ich müde in Erkältung aus. Immer noch, ja. Mir geht es aktuell wieder gut, weil ich hatte fast drei Wochen lang, war ich, weil fast drei Wochen lang war ich leider erkältet und deswegen habe ich auch gar nicht aufgenommen und dann die folgende Woche war mein Mikro irgendwie nicht mehr ganz, aua, nicht mehr ganz funktionierend und aua, das war mein Krop. Und ja, heute war ein Kumpel da von mir, der hat sich das Ganze mal angeguckt und ja, hat herausgefunden, dass da wohl irgendwas mit dem Update, sich mit einem Update oder so nicht ganz vertragen hat. Hat das ganze Ding dann irgendwie manuell geupdatet oder so und ja, wie man hört, es funktioniert wieder alles und jetzt kann ich wieder aufnehmen und jetzt geht es dann voraussichtlich ab nächste Woche auch mit den Let's Plays wieder weiter. Juhu, endlich. Und ja, ich weiß nicht, wie viele von euch hier das Jumfallflat noch spielen, aber diejenigen, äh, mein Bein, mein Bein, aber diejenigen, die es spielen, die haben bestimmt schon gesehen, dass es ein neues Level gibt. Ein neues Level! Ja! Und es sollen 2019 sollen auch noch mehrere neue Level dazukommen, laut Beschreibung und also laut Update-News. Und ja, deswegen sind wir heute hier, um das neue Level zu spielen und ich freue mich schon voll drauf. Ich auch, ich auch. Oh, immer dieses Geräusch bei ihr. Äh, ja, das kenne ich. Ja, bei mir würde, bei mir kommt halt momentan noch nicht allzu viel auf dem Kanal, das wird auch ein bisschen dauern, bis es wieder regelmäßiger läuft. Aber meine kleine Zwergin und Terror-Rotrine und allem drum und dran ist jetzt gerade erst zwei Monate alt. Guck mal, ich heb dich mit einer Hand. Yay! Halk Hogan! Yeah! Nein, du bist, du bist nicht Halk Hogan, du bist, äh, der Hulk. Halk King Hogan. Halkina, Halkina Hogan. Genau. So, ähm, bevor wir jetzt wieder Ewigkeiten... Auf jeden Fall, äh, wird es euch noch ein bisschen dauern und ja, viel Daumenverständnis. Genau. Und zwar, man kann kein Terrorzwerg. Familie ist, ja, wichtiger für gewöhnlich, ne? Also, von daher. Ja, deswegen, es kann auch mal passieren, es kann auch gut mal passieren, dass sie zwischendurch vielleicht hier mal kurz weg muss. Also, ähm, da dann auch nicht wundern, wenn sie mal eben, ja, Missing, Missing, äh, Person einfach mal ist, aber... Salome? Missing Person, bitte. Salome. 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 So, und ich würde sagen, bevor wir... Salome, genau. Salome. So, und ich würde sagen, Ehe wird es wieder ewig in der Lobby rumgabbeln. Salome, go. Darf ich vielleicht mal ausreden? Ne, ne? Salome, go. Ne, 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 ne. So, und bevor, dass wir jetzt hier noch ewig in der Lobby rumgabbeln, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal das neue Level, weil, ähm, ja, ne? Weil halt. Weil halt. Weil sonst... Lass mal mein Bein rum. Yay! Boah. Ich würde gelösen. Das ist auch noch live. Lala. Nana. Mit Rappi. Das ist auch noch live. So, ich starte jetzt einfach mal, komm. Ey. Mach das. Mann, ey. So, hier haben wir das neue Level. Bei mir jetzt seht ihr das gerade, wie das aussieht. Und wir spielen das jetzt. Start! Ja, Mann! Ladebildschirm. Ladebildschirm. Es ist dunkel. Wie, ich hab Angst. Wenn der Mann kommt. Aua. So, wir haben hier ein Stapel Blöcke. Wir haben hier ein... Da kann man rein. Eine Tür. Was ist das für ein Geräusch? Ach, guck mal. Das kann man auf... Kann man das aufdrücken? Ah, aufziehen. Aufziehen. Das will ich... Oder auch nicht. Hey. Warum haben wir den Block hier? Warum ist hier ein Loch? Kann ich das Ding da reinpacken? Ich will die Tür aufkriegen. Ich will diese Tür aufhaben. Oh, ich glaube, ich seh da was. Warte mal. Warte. Ja, du sollst... Ja, ja, hallo! Jetzt... Hast du gut gemacht. Oh, da oben liegt was. Was ist das? Eine Axt! Da ist eine Axt! Da oben liegt eine fucking Axt! Und bevor ihr euch fragt... Nein, ich hab... Oder wir haben uns noch nicht über das Level informiert. Wir spielen das komplett blind jetzt gerade hier. Ja. Komm. Du gehörst dich doch auch. Oh Gott, bist du doof. Was machst du denn? Nein, ich bin zu blöd für das Spiel. Jetzt hör doch mal auf, mich zu schubsen. Guck mal. Mann. Ich muss mein Pullover und mein T-Shirt noch ändern. Warum? Ach so, stimmt! Ach komm. Du hast ja noch... Du hast ja noch... Du hast ja noch Shinigami hinten drauf, ja. Ja. Weiß doch nicht mehr. Ich hatte mir erst mal überlegt, irgendwie so ein Webcam-Bild von ihr als Gesicht zu nehmen. Nee, das mach ich nicht. So ein ganz... So ein ganz komisches... Äh... Hässliches... Bild einfach. Ich will da hoch. Hm. Ähm. Kann man vielleicht irgendwo anders da... Nee. Die Leute, die schon durchgespielt haben, denken sich... Oh Gott. Mann, wie bescheuert. Ähm. Das hat ja mal voll viel gebracht gerade. Kann jemand das vielleicht hier? Weil irgendwie sieht das... Irgendwie sieht das niedriger aus. Da, warte mal. Dreh das Scheißding jetzt nochmal rum, bitteschön. Danke. Ha. Jetzt musst du nur noch hochkommen. Du sollst da hochgehen. Jawohl. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich habe... Eine Axt. Guck mal. Ich habe eine Axt. Kann ich da jetzt... Kann ich da jetzt... Kann ich da mir die Tür kaputt schlagen? Geh weg, das ist meine Axt. Kann ich da mir die Tür kaputt schlagen? Ja, nicht, wenn ich mich am Boden festhalte. Und nicht, wenn ich mich selber damit schlage. Jetzt... Toll. Nimm das Ding. Jetzt lass doch mal. So, liebe Zuschauer. Das ist der... Holzachs-Simulator 2018. Oder muss man das kaputt schlagen? Vielleicht. Warte, warte, warte. Warte, warte. Erstmal... Erstmal hier eine Last, bis man überhaupt hier mal aus der ersten... Aus dem ersten Raum rauskommt. Jetzt nimm doch bald noch eine zweite Hand dazu. Der Holzachs-Simulator 2018. Meine lieben Zuschauer. Sei still. Geh doch mal jetzt. Weg geht's hier. Oh, ich höre, wo was auch... Komm, beweg doch mal deinen dicken, petten... Waldfänger-Arsch da hoch. Du bist aber wieder sehr freundlich zu dir. Ja, ist doch wahr. Ich hab keinen Bock, Ewigkeiten zu warten, bis du da die Tür nicht mehr aufmachst. Mach einfach anders. So, bin drüben. Dann mach mal die Tür auf. Ich bin doch schon auf dem Weg, du... Ich fühle dich nicht so geil, nur weil du jetzt eine Axt hast. Ach, deswegen... Die war versperrt. Warum sagt mir das keine? So, ich hab ein Brett. Oh, kann ich den Baum umholzen? Kann ich das umholzen? Geh mal weg da. Gewittert das gerade im Spiel, oder bei mir? Ich glaube, im Spiel. Guck mal, ich fäll den Baum. Forest. Halt du mal aus, schau, ja. Oh, guck mal. Hui. Soll ich die Axt noch mitnehmen? Also, ich glaub, da hat jetzt gerade der Wolf spitz geheult. Ähm. Ich glaube, die Axt kann man nicht mitnehmen. Hab ich so das Gefühl. Oder, warte mal, kann ich die Axt durch den Baum durch? Weil der Baum ist hohl, der Baumstamm. Kann ich da die Axt durchstupsen? Ach, jetzt. Ha, ha, bleibst du stehen. Bleibst du stehen. Lass mal. Der Baumstamm. Alter. So kann man auf jeden Fall schon mal nicht auf diesen blöden Baumstamm drauf. Alter, jetzt nimm doch mal diese doofe Axt einfach. Jetzt nimm die mal bitte. Von vorne. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja. Und jetzt sa- Und jetzt, äh, dann- Nein, du sollst nicht draufsteigen. Du sollst- Ach. Mein Lieben, das ist der- Weil er ein Sier-Simulator bei mir, der ist das nämlich sehr bescheuert. Ich hab mir das Gefühl, das geht nicht. Oh. Wenn du diesen Baumstamm runterschmeißt, schwör ich dir, schmeiß ich den mal her. Dann hau ich dann- dann hacke ich ihn eben doch mal um, weil der respawnt ja dann sowieso. Ja, dann geh doch mal. Oh Mann. Ähm, ich kann den auch. Doch, jetzt so. Ich will die Axt da reinstecken. Lass doch die dämliche Axt jetzt mal da. Oh, sie ist wieder mit auf den Sack. Lass mich los. Was hab ich denn gerade gesagt? Hui! Das Problem hatte ich auch die ganze Zeit. Alter, wie riesig das da hinten noch ist. Ähm, ich komme gerade wieder am Anfang aus, aber gut. Ja! Einfach Tür auf. Ach, hier sind ja noch mehr Holzstapel. Gucke mal. Vielleicht müssen wir die auch noch irgendwie mitnehmen. Glaub ich nicht. Ja, glaubst du vielleicht, wir müssen über so einen rutschigen Holzbalken hier rüber laufen? Ja. Wie wär's denn, wenn wir die Holzbalken, das Ding zwischen diese Holzbalken klemmen, dass das nicht mehr wegrutschen kann? Würde ich mir ja nicht näher anziehen dafür? Ähm, jetzt so. Ähm, ich gucke mal. Ja, kannst du denn diesen, dieses Paket da? Ja, dankeschön. Das war zu weit. Entschuldigung. Achtung. Er fällt auch wieder direkt. Timber. Was ist denn da hinten? Scheiße. Ist das was Besonderes? Au. Wo ich meine Axt. Habe ich rausgeschmissen. Das ist aber, wie hängt das Ding denn hier? Ähm. Na ja. Oh, da hinten kam gerade ein Blitz. Und wir stellen uns wahrscheinlich auch die letzten Deppen gerade an hier. Ja, wahrscheinlich. Ach. Kann ich da? Ne. Scheinbar nicht. Ich muss mal aus dem Weg. Wir haben, glaube ich, ein Problem. Pass mal auf. Pass mal auf. Was soll? Ich gebe das Siehmal weg da. Ah! Schon besser. Oh, Mann. Ich habe nach dieser Folge gedacht, ich muss ja erst mal aufs Klo gehen, ey. Warum? Ich bin sonst wohl auch in die Großpiegel. Also. Wow. Und nun? Also der Ansatz war schon mal gut. Aber ich hänge nur leider auf der falschen Seite. Was? Denk nicht mal dran. Guck mal, hallo, ich sehe dich. Ja, ich habe losgelassen. Hallo. Tschüss. Ich habe jetzt auch. Vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir das Ding auch da unten dagegen hauen. Dass der da unten dagegen irgendwie Halt hat und wir dann, keine Ahnung, runterrutschen können oder so. Keine Ahnung. Dass der auf dem, dass der auf dem Vorsprung hängt. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Wir sind zu leicht. Oder halt mal fest. Ja, ich habe es geschafft. Juhu. Juhu. Save point. Yay. Yay. Siehst du, so macht man das. Ciao. Musst du da? Ja, das wird jetzt wohl nichts mehr. Ich komme. Ich trauere gerade irgendwie um meine Axt. Ach, meine Fresse. Du bist bestimmt noch neu gekriegen. So. Hier haben wir bestimmt irgendwas mit voll. Alter, wir müssen einen Schlüssel gießen. Guck mal. Guck mal, hier ist eine Mine. Wie geil ist das denn? Ja, hier ist eine... Oh, oh. Da unten, da unten ist eine Gussform für einen Schlüssel. Ja, Michael, hier ist eine Mine. Yeah, geil. Hier, da geht man in die andere Richtung. Einer, wo man nicht rein kann. Wir brauchen also Erz und Feuer. Okay, Feuer, glaube ich, haben wir. Hier ist eine Fackel. Ich glaube, ich denke mal, die kann man mitnehmen. Jawohl. Guck mal. Feuer. So, Feuer haben wir. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Erz, dass wir schmelzen können. Wie cool. Guck mal, das kriegen wir in der Mine. Äh, wenn wir reinkommen. Und da hinten, und da hinten ist das Schlüssel. Äh. Alter. Landet. Da knallt mir halber so ein Vogelkäfig an den Kopf. Ja, weil ich auch da lang gelaufen bin. Hui. Keine Ahnung, wo es geht. Oh, Gewitter, ich finde das voll cool. Komm. Okay. Wupp. Ich habe Steine, glaube ich, gefunden. Ja, ich sehe es. Was ist dich? Kann man da irgendwas machen? Ich glaube, das kann man hochziehen. Ah, ich glaube, wir müssen die Steine da hinten auf das Ding. Und dann wird das hochgezogen. Ich komme ja mal mit dem Stand vorbeigeflogen. Ich gehe mal mit runter. Ähm. Hast du gut gemacht. Bin zu weit nach vorne. Tada. Tada. Hüppi. Boots, boots. Oh. So. Da haben wir eine Latte. Kann man die mitnehmen? Nee, kann man schnell mal mitnehmen. Ach ja. Hier drin ist schon mal... Okay. Habe ich gerade einen Wolf heulen gehört? Ja, ja, ja. Ja, ne? Ja, ne? Ich bin der Wolf gezollt. Geil. Uiuiuiui. Okay. Er ist bestimmt auf den Legostein getreten. Oder auf eine Reißzwecke. Ja, Legostein finde ich brutaler. Ey! Oh Gott, wir müssen um die Kurve. Wir müssen da um die Ecke. Ja, viel Spaß. Irgendwann, ich trinke dazu irgendwas. So, jetzt bin ich. Ciao. Und nach ganz nach unten. Achtung. Da geht es nicht weiter. Also ich denke mal, ich muss jetzt da rein. Au. Voll gegen die Uhr geklatscht. Was an der Ruhe ist. Den stärker schwingen müssen, oder was muss ich hier jetzt machen? Oh. Ja, jetzt geh doch mal da hoch, Mann. Also ich weiß, dass du das ganze da hoch musst. Ja, du musst dich über den, den, diesen, diesen, ich weiß nicht, was ist das? Ein Pendel, ne? Über das Pendel musst du hier rüber und dann geht es hier oben weiter. Und wir müssen kurz die Folge beenden. Was? Ja, wir sind schon bei 20 Minuten. Dann Hobbies, habt euch gefallen? Ja. Und wünsche euch noch einen schönen... Ja. Was geht denn eigentlich aus? Einen schönen Abend. Ja, okay. Einen schönen Abend und, äh... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.